auf zu den bauernhöfen nein nicht die bauernhöfe aber warum ist ein schießmal deutlich besser funktioniert das letzte mal als ich weiß müssen wir noch mal mit diesen kutschen fahren oder kommt das erste teil 3 wieder muss mit diesen wagen fahren muss gute frage hat die ganze zeit diese kommigen zauberer ganze roboter leute halte ich dazu was hat denn auf der schulter und sei genau richtig gut aus ok edelstein und drei kugler war ja klar eine kugel kriegen automatisch das heißt zwei aufgaben müssen wir erfüllen ha ha gegenseit getroffen ach hat ja zu schießen ich verstehe mal hier irgendwas ein klipper mit kann ich sicher irgendeinen abschießen ich habe das fast getroffen das ist einer der relativ ekelhaftesten level warte man muss springen und derzeit haben die gegner halt eine chance einzutreffen das schaffen die meistens auch hier muss man ja einmal so einen kundigen rundkurs rennen okay da will schon fast vergessen so war playblade also einmal auf ende drehen lassen da kann man ruhig angreifen um sich wieder ein gegner den ich nicht sehen will ich weiß gar nicht ob es hier ich glaube power gibt es jedoch muss ja weil wenn man einmal diesen okay ich gucke ob das eine schärf wie er da ist voll scharf mag es wieder da wie kann man das am besten erwischen das vieh guck ich werde schießen das meine ich man ist dann in der luft und hat dann keine chance richtig auszuweichen feuer verdammt das finde ich gut so muss man es ja machen daneben ich habe hier drauf rechtlich eher nicht jetzt ein schlechtes moment muss das team bewegen nicht schießt ich habe euch nicht getan jetzt könnt ihr schießen jetzt habe ich euch was getan so soll man das eigentlich machen glaube ich dann ist auch ein bisschen einfacher aber ich renne noch kurz mal wieder zum schaf solltet er wieder da sein heiß Sparks ob grün aber egal Sparks Sparks ich weiß jetzt nicht ob ich irgendwas mal übersehen habe kann hier mal vorkommen wenn man Sparks nicht hat alter dreht das Ding noch einmal jawohl scharf okay jetzt ganz langsam weitermachen kann man diese Sachen einsammeln und da war ein Edelschein damit wir Sparks wieder aufklappeln können vielleicht leben wir auch ein Leben wieder ich glaube ich weiß warum eigentlich das Spiel hier allgemein länger dauert als Teil 1 weil die Level größer sind ansonsten man sammelt insgesamt glaube ich weniger Edelschein ein dreh dich alter wo kommst du denn her hat funktioniert mal ich bin nicht erwischt worden Elektrofelder ne elektrisches Wasserfisch das heißt wir können doch nicht mal schwimmen diese miesen Schädlinge machen sich über meine Roboter Vogelscheuchen lustig kannst du sie jagen und grillen Spyro klar vier Sterne alles klar habe ich einen erwischt ich habe auch schon eine Chance ja gut funktioniert ich war in dem Moment zu schnell für die jawohl funktioniert relativ gut weil die halt wirklich nur auf dieses eine Dingsix hier sind ich komme ja wieder bam bam meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit nimm dieses Dingsbums das ich gestern ausgegraben habe die sind wieder da aber egal die Kugel haben wir schon mal hörst du mal auf brutalität bis Spyro ey da haben wir den Gegner platt gemacht und dann kam auch oben der Aufzug los Pakete da kommen schon da müssen wir noch hin und das war ne relativ oh Glück gehabt so ganz still und heimlich so hallo bam in dein Gesicht hä Spyro kannst du aber ein bisschen weiterspucken jetzt geht ne jetzt in dein Gesicht hä ich komm jetzt nämlich suchen dass ich das sowieso nicht erwische dann eben so 16 Gegner hab ich grad mal haha erweicht ähm wo geht's denn da hin ah ich glaub ich soll man die ah ne da geht's hin wir haben auch Bayblade kann ich ihn mal benutzen yeah ouch explodiert wieder was auf Bayblade aber äh ich glaub ein Level müsste ich noch kennen was mich grad richtig wundert dass wir so wenig Edelscheine haben aber gefühlt schon irgendwie am Ende sind ah okay ah nein oh oh brutalität Ich bin zu spät dran. Das macht aber toll. Ehe kleiner. Ach das sind eh die. Komm ich da nicht ein wie. Gucken ob wir da noch gegen greifen müssen. Ben pepeln wir mal richtig Dings auf. Ah! Da kriegen wir unser Leben. Einen Turbo haben wir. Ah hier komm ich zu dir. Äh da. Der Bauernhof ist so. Äh. Ach so das sind Vieh reingeflogen. Gut gemacht Spyro. Diese Viecher werden sich jetzt von den Feldern fernhalten. Belohnung gefällig? Ja gerne. Zweite Kugel. Trotzdem noch viel zu wenig Edelsteine. Ach die sind auf kompletten Gang verteilt ne. Ah ok. Und der Gang muss funktionieren. Moment. Ich komm. Man kommt ja hier locker durch. Erstmal alles einsammeln bevor wir. Ey. Lass mich hier durch. Ich bin früher mit dem Traktor über den ganzen Hof gefahren aber so ein blöder Roboter hat den Weg blockiert. Kannst du ihn mit einer Superladung freimachen? Vier Sterne. Ja ich werd's versuchen. Hahahaha. Komme ich jetzt locker zu dir hoch oder muss ich da wieder den Gummigengeg benutzen? Es gibt manchmal einen Wirbelsturm dafür. Tatsache. Oh. Ah da gibt's. Okay, da gibt's die Wirbelsturm mittlerweile. Oh. Oh. Guthaus, da auf, okay. Wo geht's denn hier? Her. Die sammeln schon noch einen. Hier muss man auffassen, dass man nicht zu weit fliegt. Dann da rein, in eine Linkskurve. Okay. Sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Sagt er. Und braucht wieder Ewigkeit dafür. Spring! Das war... Bird, weil das ein viel Geräusch. Da, da muss ich hin. Nein, da. Genau. Dann schauen wir den erstmal ein. Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Hab dich. Jetzt am Anfang. Ich muss eigentlich wirklich hier zwei, drei Mal durchs Level rennen, weil der ab und zu am Ende wieder am Anfang ist. Wow. Wir haben immer noch alle. Wir haben noch alle. Okay, vom Laufen her war es ja gerade eben in Ordnung. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Da durch jetzt die Kurve. Und springen. Spring. Geschafft. Das war eine Meisterleistung, Drache. Danke. Nimm dieses Ding, das ich im Kuhstall gefunden habe. So, und damit haben wir alle Kugeln. Die Frage ist jetzt, wo sind die restlichen Edelsteine? Das war der perfekte Lauf. Wie viele fehlen uns denn noch? Das sind nicht viele. Können wieder überall sein. Könnten aber auch am ehesten hier wirklich auf dem Gang noch sein, dass wir einfach dran vorbeigerannt sind. Das ist aber, dass ich wirklich in einem Versuch so wirklich durchschaffe. Das war zwar, äh, zwei, drei Versuche gebraucht, ne? Aber hier nicht hängen zu bleiben. War schon optimal. Okay, wo sind jetzt die 16 Edelsteine? Ich hab halt schon alles abgesucht, um dem Level... Ich hab halt schon alles abgesucht, um dem Level... Vielleicht starten wir eigentlich immer wieder hier. Aha, zwei. Jetzt fehlt... Okay, jetzt ist es sehr wahrscheinlich nur noch zweier. Aha, hab sie. Mein Gott. Nur andersrum. Das war jetzt wirklich... Nicht so schlau. Die genau da zu verlieren. Aber okay, gehört dazu. Und ab nach Hause. Jetzt frag ich mich nur... Ich weiß, ein Level... Kenne ich ungefähr noch. Boah, jetzt sind sie fies zu den Käfern. Okay. Jetzt... Müssen wir... Das Fliegelevel nicht, aber irgendwo sind noch Level. Die Frage ist, wo? Ronten ist ein Level. Das ist aber zu viel, ich weiß, das Fluglevel. Ich hoffe wirklich... Tschüss... Ich... 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 Ohne... Wie... Vielen Dank.